1, 2, 3 Also übernächste Woche, wenn dann das NXT Pay-Per-View im Kasten ist Vielleicht wird es auch direkt an das NXT Pay-Per-View angehängt Weil das sind ja, glaube ich, für uns interessant Sind ja davon, glaube ich, nur 3 Match oder 4 Matches maximal So, wir haben folgenden Zwischenstand erreicht Eltono baut seine Führung auf Platz 1 weiterhin aus Fetter, fetter, fetter Börsengewinn Von mehr als 75.000 John Cena verteidigt seinen WWE Championship Und Daniel Bryan schafft es Rey Mysterio vom Intercontinental Thron zu stoßen Herzlichen Glückwunsch, Tonno Wir haben auf Platz 2 King Cyrus rückt schön langsam näher Auch hier 50.000 Pflichtgewinn für Triple H Der seinen Titel verteidigt Plus natürlich Fädengeld und Fädenboni Auch das alles mit einberechnet Platz 3 geht an Danrage von den Insane Bros Und dazu sage ich dann nachher noch was Aber das lassen wir jetzt mal Platz 4 geht an den Maxi, dessen HBK und Randy Orton jetzt nicht unbedingt Die Leistung abgeliefert haben, die der gute Maxi versprochen hat Will ich nur mal so kurz gesagt haben Dann haben wir auf Platz 5 Warte mal Nein, ich habe mich nicht vertan, passt Wir haben auf Platz 5 ML Zocchi Verzeihung Und zwar seine Recken kommen ja erst zum Einsatz Denn zwei davon sind auf NXT und sind auf NXT Tag Team Titeljagd Aber sein Rey Mysterio hat den Gürtel verloren Deswegen auch hier nur einmal kurz Fädengeld Eine Fädenbuße dieses Mal, weil die Fäde verloren wurde Fünfter Platz für Zocchi Der Humi katapultiert sich mit seiner waghalsigen Wette Die ihm knapp über 30.000 eingebracht hat Katapultiert er sich auf Platz Nummer 6 Sonst hier keinerlei Veränderung Der Husky hat es geschafft mit dem Undertaker die Fäde für sich zu entscheiden Dean Ambrose hingegen leider erfolglos Hier auch nur Fädengeld plus Fädengewinn Dave Crow hat seine erste Fäde gewonnen mit Bukati Bukati deswegen ein bisschen ein Popularitätsschub und ein bisschen Kohle Der David auf Platz Nummer 9 Mit seinem Stone Cold leider Gottes nicht erfolgreich Darin sich den US-Titel von Chris Jericho zu holen Aber dennoch Keine schlechte Leistung vom David Sein Neville auf NXT hat ja die Fäde gegen RVD in Anführungszeichen gewonnen Aber nachdem sich ja Neville aus der Fäde rausgekauft hat Gibt es hier keinen großen Popularitätszuwachs Sondern einfach nur quasi fürs Ego So Platz Nummer 10 für Batista und Rusev im Stable von Echo Beide haben hier Fädengeld kassiert Haben aber beide ihre Fäde verloren Rusev war hingegen in einer Triple Thread Fäde Und da habe ich ja folgende Regel eingeführt Bei einer Triple Thread Fäde kann es Gewinner geben Aber halt keine Verlierer So Seth Rollins von Fiedel leider Gottes inaktiv Und auf Platz Nummer 12 Nighty zockt mit seinem Bray Wyatt und seinem RVD Und Nighty ich würde dir wirklich wirklich empfehlen Verkauf einen davon Du hast noch 56.000 auf der Seite Verkauf einen davon Oder push sie hart in irgendwelche Fäden rein Und verkauf sie dann Und dann kauf mal richtig ganz oben ein So Und ihr seht schon da unten steht es Werden freigegeben Leider Gottes habe ich beschlossen mich Jetzt jedes Infovideo Also Jedes große Infovideo Sagen wir mal so Nach Raw und Smackdown Pay-Per-Views Habe ich beschlossen mich von inaktiven Managern zu trennen Dieses Mal hat es getroffen Den Öhrchen Und nach einer Unterredung mit dem Jonas Hat es auch den Super-Juppie getroffen Der Muss zunächst mal schauen Dass er seine eigenen Videos Eventuell mal neu startet Auch dafür hat er noch nicht sonderbar viel Zeit Deswegen werden Edge, Cesaro, Roman Reigns und Big E freigegeben Und das war es eigentlich schon von den Managern Jetzt gehen wir direkt rüber in die große Roster-Tabelle Da haben wir das natürlich alles eingetragen Ihr seht die Leute die frei sind Hier habt ihr natürlich jetzt alle Möglichkeiten der Welt Euch auszutoben mit eurer Kohle Tauschen, Einkaufen, Fäden Ich will alles sehen Ich bin schon sehr gespannt was dabei rauskommt Vor allem Gibt es ja da schon Ankündigungen Von einer gewissen Überraschung Die ja Cyrus da jetzt bringen will Weil der wurde von Humi schon beim Pay-Per-View Für den Titel gefordert Zählt natürlich alles erst dann Wenn es in den Kommentaren steht Also ruhig bleiben Ja jetzt nicht anfangen da jetzt irgendwie Nervös zu werden Und ja Somit würde ich sagen Die Tauschbörse ist eröffnet Die große Fädenbörse ist eröffnet Ihr habt jetzt Zeit bis Warte mal Was haben wir? Wir haben Montag Wir geben dem Ganzen jetzt Zeit Bis Donnerstag Um 15 Uhr ist die Börse offen Alles was ich bis dahin in diesem Video An Fäden, Verschiebungen Einkauf, Verkauf, Tausch Was weiß der Teufel was finde Wird akzeptiert Beziehungsweise wird eingetragen Und zwar nur in diesem Video Bitte Ich will nicht wieder vier Videos durchschauen Und dann heißt Hey ich hab bei Smackdown vor vier Wochen Hab ich irgendwann mal gesagt Ich will aber den tauschen Nein Hier in dieses Video Bitte in die Kommentare rein Was ihr haben wollt Und dann kann ich das in Betracht ziehen Ja Und ich hätte gesagt Wir sehen uns dann das nächste Mal Nächste Woche Wenn es dann wieder in die Weeklys geht Und dann direkt im Anschluss Das Pay-Per-View Armageddon von NXT Wo Kevin Owens seinen Titel aufs Spiel setzt Gegen Brock Lesnar Dave gegen Humi Eine großartige Fede Auch beim Sushi essen Sehr unterhaltsam Werte Freunde Bis zum nächsten Mal Peace und Freundschaft Euer IG Fiat euch So